Einmal im Jahr entsteht in Weißkirchen im Taunus Großartiges. Landwirt Richard Bickert zaubert seit 2003 grandiose Irrgärten in eines seiner Maisfelder. Asterixen Obelix ist das Thema 2016. Und der Extra-Tipp schaute sich das Ganze mit Unterstützung durch Ronja einmal genauer an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017